Ich könnte natürlich diese Schultern nehmen. Ich bringe hier noch so diesen Effekt. Magischer Schaden. Aber ich mag ein bisschen Rüstung haben. Der magische Schaden bringt auch nur so lange was wie du Maler hast. Das wird es. Wir könnten uns auch eine fette Rüstung zulegen. Aber sie muss halt cool aussehen. Nicht so wie diese Gammelfüßchen hier. Plattenschuhe. 29.000. 23.000. Das ist doch alles noch so teuer. Ach, ich glaube wir lassen es. Erstmal so. Und sparen. Die fliegen gerade. Und hier sind ganz viele. Wird irgendwo gekämpft gerade? Ist ein Versteck? Ach ja hier das Dorf. Wollten wir uns anschauen. Ob die. Das Geister fährt sich durch. Aber warte mal kurz. Ich will mal kurz. Ne. Einmal kurz schauen wir uns. Wer hat. Ach das hat jetzt wieder ein Sattel. Weil du brauchst. Ähm. Okay. Bleiben wir halt beim Geisterfeld. Schade. Das Glättfeld will auch sicher sein. Tägliche Goldveränderungen nur. Hm. Ist es so wenig. Was jetzt? Verdienen wir auf einmal Gold? Ja. Wo kommt das her? Ne doch nicht. Hä? Caravan und Truppen einkommen. Ne. Irgendwie hat Gold. Gemacht. Der betrieb hier nicht. Hm. Keine Ahnung. Hm. Die wollen wir nicht rekrutieren. Ach ich habe vergessen. Die vergangenen. Die. 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 มา. pins. Da. Da. angegriffen das dorf wurde geplündert eine handvoll leute läuft davon als er die ausgebrannten häuser passiert okay schade ist schon geblündet was ist das denn hier aber drei oder drei mit oder unsere fahrer ist entkommen der illuminati und ich finde schade wo reiten die denn jetzt hinweg mit dem armee führer sprechen die folge schütten oder papier als ich werde kassel drakendorf nicht vergessen es war ein harter kampf war auch ein ruhmreicher genau das benötigt pferde oder eigentlich schon wieder es gibt etwas zu nehmen könnten jetzt wieder in dieser me eintreten dann verdienen wir auch immer gold wieder mein fürst ich möchte euch die treue schwören und eurer einer eurer gefolgsleute werden entweder können wir söldner sein oder wir könnten ihm direkt die treue schwören der vorteil wäre natürlich dass wir dann auch lehnen kommt von ihm vielleicht die es sollte die seien die 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 den ich will will deine bieten haben nun ja wir heulen söldner und einige von ihnen sind durchaus ehrenhafte männer ich muss zugeben 490 schälegruppe von feindern ist natürlich kohle machen erst mal ja das mal jetzt kriegen wir ja wenigstens geld für jede banditen für jeden banditenhaufen den wir platt machen genau ich entzelt mal nur truppen geht schneller und wir kriegen glaube ich auch mehr ansehen dadurch jetzt haben wir verloren macht aber nichts hoffe ich das piloteil brauchen wir nicht hm wird schon viel gefahren alles dann ich versuche mal bei dieser hauptarmee zu bleiben ich weiß noch nicht was sie vorhaben kämpfen überhaupt noch königreich die klimatie naja ist noch ein krieg mit dem wir sind ein bisschen stärker oder mit beglater das sieht gut aus ich will kurz sie nicht zu und dann unsere güter noch auch glaube ich jetzt nichts was wir komm ich jetzt wirklich welches minus händler zu wenig geld erst zurück setzen ok oh schau mal hier der bringt einen besseren kopfpanzer aber es sieht kacke aus oder naja nicht so nicht so hübsch nicht so hübsch da bleiben wir bei der der mut seine frau für so viel wie möglich naja nicht so hübsch ok passt schon jetzt sollte man wieder mehr geld haben die händler hier wird etwas beglatert da reiten wir jetzt auch mal hin unsere verhältnisse steigern steigern steigen anscheinend so so viele desserteure sind hier ja der gilt wird es frei speichern so plus 20 garnitionsgröße in einer regierten siegeln und banditen können in reguläre truppen und banditen das 20 prozent chance dass milizen in einer regierten siegeln als elite truppen spawnen das gut glaube ich weiß ich nicht genau bis 20 moralos siegen das ist auch nice ich mache halt das oberen und die machen wir platt liegen gerade auf dem weg so das hier auffüllen und nehmen wir so viel mit wie möglich fertig 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 so hier wird gekämpft unser führer ist satari krippe ist aber schwächer als die anderen ne naja viel machen wir mit oder ich da rechtzeitig hinkommen also wichtig jetzt mal so einfach kurz speichern vorsicht selber dann helfe ich mal was soll schief gehen wir gleichen genau oder fast genau diesen dieses defizit aus fahrzeug und hihihi mängig zuvor noch leveln Ah, ich dachte, ich ziehe sie mal an. Minus 25% Moralbonus in Truppen. In eurer Formation eine Formation desto klinie, lose. Falls... Oder verteilen, nutzen. Truppführer, 10% Schaden durch den Unverdicht gegen Karate oder gegen Truppen. In eurer Formation, lose von uns. Ach, Minus 25% Moralbonus. Malus. Aber ich mache lieber die engen Formationen. Die finde ich besser. So. Kein Moralmalus mehr mit engen Formationen. Oder weniger. So. Was haben wir denn hier? Gide. Soln. Schildwein. Äh. So. Gide. So. Schlillwein. und ich muss mich hier mal positionieren da kommen schon Feinde an der Rücken ich könnte auch mal zaubern ich bleib mal bei meinen Truppen ich würde dir bitte ein Schildball machen drinnen fliegende Zauberer oder die Kanonschüsse ich weiß es nicht genau schildball schildball Oh, oh.